EA Sports Active 2 wird die Einstellung zu Fitness für immer verändern. EA Sports Active 2 ist echte Fitness mit echten Ergebnissen. EA Sports Active 2 ist die Kombination aus Wissenschaft, Technologie und Innovation. Wir haben unsere Kenntnisse in der Spieleentwicklung genutzt, um ein Produkt zu schaffen, das Fitness auf angenehme Art in das heimische Wohnzimmer bringt. So wird Fitness für jeden interessant. EA Sports Active 2 wurde für verschiedene Plattformen entwickelt und ist kompatibel mit Wii, PlayStation 3 und Kinect für Xbox 360. Die Kinect-Kamera verfolgt die Bewegungen deines Körpers und überträgt diese auf deinen Charakter in der Spielumgebung. Das ist ziemlich cool. EA Sports Active 2 verfügt über eine drahtlose Bewegungserfassung und einen integrierten Pulsmesser, mit dem du deine Herzfrequenz live am Fernseher verfolgen kannst. Wir benutzen ein Ganzkörper-Tracking-System, das komplett kabellos ist.